Nach vielen trüben und grauen Tagen hat sich heute wie hier in Frankfurt auch mal über der Mitte Deutschlands die Sonne wieder gezeigt. Die nächsten Tage, die werden aber deutlich turbulenter und vor allem wieder winterlicher. Von Westen, da macht sich heute schon leichter Regen breit und der wird sich am morgigen Tag deutlich verstärken. Dieses Regenband bringt vor allem am Nachmittag bei uns kräftigen Regen und es hat auch noch stürmischen Wind im Gepäck, vor allem Richtung Küsten und auf den Bergen, da sind Sturmböen mit dabei. Im Süden, da bleibt es noch trocken und auch freundlich und mit 7 bis 13 Grad, da ist es auch noch mal ziemlich mild, bevor sich dann am Donnerstag endgültig die kältere Luft bei uns breit macht. Maximal 7 Grad am Donnerstag und am Freitag haben wir es mit Regen und Schneeschauern zu tun und die Temperaturen, die gehen vor allem nachts noch weiter zurück.